Es gibt für DirektivCon ein neues Opening. Opening 54 im September angekündigt für den 2. Oktober ist es jetzt inzwischen gestartet. Jura Jura heißt es, stammt von der Band Wands, die zuletzt Opening 51 Makana Lip gemacht haben. Ein Opening, was ja relativ beliebt war, auch damals bei unseren User-Abstimmungen auf connews.org. Und jetzt sind sie mit ihrem neuen Opening am Start, welches sich sehr stark um Shinichi und Ran dreht. Romantisch und natürlich dramatische Szenen, da ist auch Kon wieder dabei. Man guckt sich an, man schmachtet sich an und ganz viel Fokus liegt auch auf Rans Schlüsselanhänger, dem Seegurkenmann oder Namako Otoko auf Japanisch. Was vielleicht einige Leute nicht wissen, ist, dass diese Seegurken, lebendige Seegurkenfigur, beziehungsweise anthropomorphische Seegurkenfigur, ursprünglich ein Charakter aus Gushu Oyamas vorherigen Manga Jaiba ist. Dort sind verschiedene Tiere von dem Bösewicht Unimaru erweckt worden zum Leben, dass sie dann halb Dämonen, menschliche Tiere sind, unter anderem eben den Seegurkenmann. Es gibt auch einen Spinnenmann und einen Froschmann und so weiter. Und der Seegurkenmann ist dann einer der ersten Feinde, die tatsächlich die Seiten wechseln und dann auch die zusammen mit dem Helden Jaiba Kugane, den titelgebenden Helden, eben den Bösewicht Unimaru bekämpfen. Und dass der hier in Detective Conan so relativ prominent vorkommt, ist so ein Easter Egg. Es finden sich ja extrem viele Easter Eggs an vorherige Serien, Kurzgeschichten und so in Detective Conan. Wir hatten ja auch von dem, wir sind noch einmal jung, war ja mal in einer Folge, dass die eine Frau da mit der verschwundenen Uhr sich das immer auf VHS anguckt, was auch eine vorherige Serie von Aoyama war und Jaiba ist im Hintergrund, wenn die Detective Boys irgendwelche Videospiele spielen, dann ist das Jaiba und so. Und Magic Hylton natürlich sowieso. Und jetzt hat sich aber jemand bei TMS, haben sich Leute gedacht, dieser Seegurkenanhänger, der steht ja auch für Shinichi und Ran, das war ja ein Geschenk von Shinichi, Anran, damals Baker Aquarium und so. Und dieser Seegurkenanhänger hat da auch eine gewisse Rolle zu spielen. Deswegen stellen wir ihn in diesem Opening mehr zu schauen, indem er da immer durch die Gegend rumspringt und an entscheidenden Stellen, wo man vielleicht einen Kuss sehen könnte, dann auch mit geröteten Lippen ins Bild springt und das quasi für uns verdeckt. Alles ganz lustig gemacht und insgesamt, ja, ganz okayer Song und ganz nettes Video, ist jetzt beides nicht unbedingt mein Favorit, aber ist schon alles ganz nett, kann man sich gut geben. Also ich muss sagen, ich mag die Lieder von Warns. Ich fand auch damals Macanolip super und ich mag auch das Lied wieder. Irgendwie mag ich den Stil und deswegen ist es auch wieder doch eines der Openings, was ich am Ende sehr mögen werde. Tatsächlich fand ich manche Zwischenszenen so ein bisschen nichts sagen, das fand ich so ein bisschen schade. Da war so viel leer, könnte man sagen, so Leerraum. Ich meine, wenn man sich halt auf die Beziehung zwischen Stil und Rang fokussiert, da ist ja eigentlich noch mehr, was man hätte darstellen können. Aber da haben sie wirklich den Fokus auf diesen Schneegurkenmann gelegt, Seegurkenmann an der Stelle. Ja, und das fand ich auch ganz süß, diesen Seegurkenmann. Ich wusste nicht, dass der so heißt. Das finde ich doch knuffiger jetzt, aber das fand ich eigentlich wirklich das Beste an dem Opening. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, wenn eigentlich die Beziehung im Vordergrund stehen soll und man sich am Ende nur diesen Seegurkenmann merkt. Dann sind die Szenen halt dazwischen nicht so gut in Szene gesetzt. Und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Aber sonst doch eines der besseren Openings aus meiner Sicht. Es wird für immer das Seegurkenmann-Opening bleiben. So bleibt es in Erinnerung. Ja, das vorige Opening von Wands, Makana Lip, das hat ja in einem Voting zum 25-jährigen Jubiläum der Anime-Serie, hat es ja Platz 1 belegt damals in einem Voting, wo 430.000 Fans teilgenommen haben. Also sehr aussagekräftig, möchte ich sagen. Dort Spitzenposition, ob das neue Opening damit mithalten kann, wage ich zu bezweifeln. Aber es gehört dennoch zu den besseren Openings, meiner Meinung nach. Ja, aber Makana Lip ist ja tatsächlich auch sehr, ja, bleibt in Erinnerung. Mit dem tanzenden Conan, falls ihr euch erinnert. Deswegen. Das zweite Mal der tanzende Conan, nicht das erste Mal. Das war in, weiß ich gar nicht mehr. Die Liebe kann nicht warten, oder? Ja, beziehungsweise Kuiwa Shilishok Suspensu auf japanisch. Ja, allein von Makana Lip, dieses am Anfang mit diesem Gimina, 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 Wokon dazu so schnipst, das ist ja allein schon, ja, ich bin schon sehr erinnerungslosig. Wie viel mehr? Untertitelung des ZDF, 2020